Willkommen zu Tessor, zu einem kleinen Infovideo und heute möchte ich euch mal einen Spot zeigen, wo ich ganz gerne die Skelette fürs Bestreben farme. Dazu habe ich mich jetzt in die Todesmutfeste begeben, so heißt sie glaube ich, genau, Todesmutfeste, die auf der Hochinsel und Amenos sich befindet. Das heißt, wenn hier den Wegschrein von Garix Ruh einmal gen Westen reitet, den Weg entlang, kommt zur Todesmutfeste rein, zu dem Gewölbe. Und wenn ihr hier reinkommt, ich hoffe jetzt nicht jetzt Vorführeffekt, dass alle gerade nicht mehr leben, habt ihr normalerweise hier vorne gleich zwei stehen. Jetzt ist nur einer da und könnt dann einmal hier im Kreis rennen in dieser Feste. Hier oben ist dann gleich der nächste Warten, so sieht es aus. Hier unten in diesem kleinen Vorraum wuselt auch der ein oder andere rum, aber man kann halt einmal außen um Pudding laufen sozusagen. Man hat ja auch, glaube ich, den Spot, finde ich, sehr gut für Geister, aber man sieht, der ist gerade in anderen Spielen unterwegs. Hier Geister hat man auch rumschweben. Man kann dann auch diese Knochenkolosse, die ja auch rumstampfen, damit, sage ich mal, töten, eliminieren. Aber wenn man einmal hier außenrum läuft in diesen Katakomben, hat man normalerweise genügend Skelette, die auf einen warten. Hier haben wir schon mal den nächsten. Und den Spot finde ich eigentlich sehr angenehm für mich persönlich, wo ich ganz gerne die Aufgabe immer erledige. Ich glaube, es sind zehn Skelette, die man immer töten muss. Aber ihr seht schon, also wie gesagt, das geht eigentlich recht fix. Rennt einmal um Pudding, könnt, glaube ich, auch einen Boss mit töten, der, glaube ich bin mir nicht sicher, dann auch Skelette ruft. Von daher ist das alles schnell erledigt. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein zum kurzen Infovideo. Ihr könnt ganz gerne mal reinschreiben, wo ihr denn den Spot habt, wo ihr am besten Skelette fahren. Dann schaue ich da auch mal vorbei. Und ja, ansonsten bedanken wir fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, beziehungsweise vielleicht nutzt ihr den Spot dann auch mal in Zukunft. Und würde mich natürlich über ein Feedback freuen. Daumen nach oben, einen Kommentar, vor allem wie man riesig. Und macht, oder ein Abo. Macht ein Abo, genau. Lasst gerne ein Abo da. Und verpasst keine Folgen auf den Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen Abend. Wenn ihr euch im Video schaut und sagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein.